Insofern war die Zunahme und wachsende Komplexität von staatlichen Schuldverträgen ein wichtiges Element der politischen Reformen und Entwicklung zuerst in Europa und dann in vielen anderen Teilen der Welt. Schulden und die Marktwirtschaft Mit Beginn der industriellen Revolution im 18. und 19. Jahrhundert kamen dann weitere Aufgaben auf den Staat zu, der mehr und mehr in Infrastruktur investierte, um die wirtschaftliche Entwicklung möglich zu machen. Auch solche Investitionen erforderten beachtliche staatliche Gelder, die häufig durch Kreditaufnahme gewährleistet werden konnten. Viele Regierungen und Parlamente realisierten, dass solche Investitionen auch für den Staat hochrentabel sein konnten. Neben der Infrastruktur entstanden auf diese Weise auch staatliche Unternehmen, um Teile dieser Aufgaben zu übernehmen, oder schlichtweg, weil sie sehr lukrativ waren und dem Staat hohe Einnahmen ermöglichten. Auch wenn man über die Jahrzehnte und Jahrhunderte realisierte, dass viele dieser staatlichen Unternehmen recht ineffizient waren und letztendlich durch Privatunternehmen ersetzt wurden, leisteten auch staatliche Unternehmen wichtige Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung. Auch für die Entwicklung von Finanzsystemen und der finanziellen Intermediation zwischen privaten Sparern und privaten Schuldnern waren und sind Staatsschulden noch immer ganz entscheidend. In den meisten Ländern galten und gelten noch immer die Schulden des eigenen Staates als die sicherste aller Anlageformen. Unternehmen und Privatpersonen sind als Schuldner generell sehr viel riskanter, da sie häufig von wenigen Einnahmequellen abhängen und viele Szenarien eintreten können, bei denen sie zahlungsunfähig werden und ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Im Gegensatz dazu ist der Staat ein relativ sicherer Schuldner, da er immer die Möglichkeit hat, Steuern und Abgaben zu erheben und eine Existenz eines Landes ohne staatliche Institutionen nicht möglich ist. Vielen Dank. Vielen Dank.